Hallo Afrobs, willkommen im Doppelstein Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. So. Das ist ein sehr schickes Set. Ganz viel Tolles. Das ist noch nicht mal Pearl Gold, das ist so Metallic Gold. Das ist vor allen Dingen durchgehend rundherum und überall Gold. Geil. Also es sieht schön aus. Also wir haben von Sembo was Neues bekommen. Und zwar haben wir hier so zwei, der Marco hat da drüben auch noch so in den Kästchen stehen, zwei solche kleinen Musikabspieldinge, also solche Boombox oder sowas. Und das ist, die sind cool. Das sieht nicht nur cool aus. Und das hier unten ist nicht nur ein Sockel, auf dem das Grammophon steht. Das da unten sieht eigentlich, wenn man nichts drumherum baut, so aus. Genau. Und das ist eine kleine Bluetooth-Box mit drei Knöpfen. An, aus, laut und leise. Die Box, die Box, schau mal erstmal. Also hier haben wir so einen Tube. Und dann haben wir hier eine edle Box. Schaut's euch an. Uh, Block Music. Also schön, oder? Schön. Ich find's schön. Und dann haben wir in der Box zwei kleine Boxen. Marco, willst du auch mal gucken? Ja, so. Zwei kleine Boxen. Schön. Cool, oder? Also das ist schon mal schön gemacht. Wirklich. Man hebt hier, also ich hebe wenig Boxen auf. Aber die finde ich schon mal schick. Ich glaube, in der kleinen war, glaube ich, das drin. Das drin plus das Kabel. Das Ladekabel, mhm. Genau. Noch, damit ich alles wegräumen kann. Stickerbogen war auch dabei. Ich habe, das sind Sembo-Sticker. Du kennst Sembo-Sticker, das heißt, die haben diese Trägerfolie. Du hast, da bleibt nur das übrig, was du brauchst wirklich. Das heißt, das hier. Das hier. Und hier nochmal dasselbe. Ach, ich hätte jetzt gedacht, es sind Prinzen. Na gut. Ja, so gut wie die Sembo-Sticker sind, sehen die aus wie Prinzen. Ja, es fühlt sich auch so ein bisschen erhaben an. Das ist nett. So, die paar kleinen Dinge hier. Also das sind jetzt so viele. Die ganzen Finger bedeuten nur, dass das Sticker sind. Also die musst du ja nicht aufkleben. Da sind die Zahlen drauf. Wenn da in deiner Anleitung steht, benutze bitte Sticker 7 oder 8. So, weg. Anleitung. Hier sieht man nochmal, du startest praktisch mit dieser kleinen Box und baust dann alles drumherum, was du brauchst. Ist klar. Ist eine Sembo-Anleitung, also habt ihr kein Problem mit. Wir haben hier wahrscheinlich die drei Taster. Genau, du baust da auf diese Tasten so kleine Hebelchen. Baust du da mit solchen Hinch-Dingern, solche, wie heißen die? Ja, wie kleine Hebelchen. Heißen die. Heißen die. Heißen so. Okay. Ich kriege das nicht hin. Und hier gegenüber wäre jetzt hier das Ladekabel und das wäre dann ja irgendwie hier. Ja, das ist so eingebaut. Das ist ja schlau. Bisschen, gell? Guck mal da ran. Also hier vorne ist noch sowas, das kann man runterklappen. Das ist fürs Handy gedacht, das ist ein Handy-Ständer. Das ist ein Handy-Ständer. Also kann man sein Handy quasi direkt davor stellen, wenn man das möchte. Okay. Übertragen ist per Bluetooth. Jawohl. Das werden wir euch gleich zeigen. Ja. Jetzt nochmal zu dem Strom. Weil ich meine, wenn das das Gleiche ist, haben wir auf der einen Seite die Schalter und auf der anderen Seite den... Ja, schon klar. Ich habe das schön eingebaut. Ja. Marco. Hier sieht man es nochmal. Hier sieht man auch den oberen Teil. Hier oben sind die kleinen Löcher, also hier oben kommt der Sound raus. Und warte mal, lass das mal ab. Ja. Vielleicht kann man es jetzt ja schön en bloc quasi abnehmen. Ja, muss doch, sonst macht das doch keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr so genau. Schon so lange her, dass du es gebaut hast. So, zack. Ja, man kann das vordere en bloc abnehmen und hier ist dann auch der Stecker. Also muss man im Endeffekt nur hier oben das abnehmen und das hier vorne in einem Stück. Wobei du es hier oben nicht immer abnehmen musst. Das stimmt, das oben ist mit dem unteren gar nicht verbunden. Nein, nein. Man kommt nur ein bisschen besser ran, finde ich, aber das ist Geschmackssache. Das funktioniert, also du kannst es schon drauf lassen. Und jetzt interessiert mich aber natürlich schon noch, wie das Ding so... Ja, erstmal rundherum. Also es sind ja schon so Kleinigkeiten. Hier so ein Lautspielerarm, die drei Tasten. Sehr schöne Goldteile, Metallic Gold hier. Ja, es ist so auf dem Weg zwischen Chrom und Pearl Gold, also diesem matten Goldton. Das ist schon wirklich, die Teile sind sehr, sehr schick. Gefallen mir. Also es ist ein Qualitativ auch sehr hoch, finde ich. Ja, ja. Schön. Also du siehst jetzt wirklich gar nicht irgendwie rumgefuschelt, das ist wirklich gut. Ja. Ich habe das ein bisschen demontiert. Warum machst du denn das? Weil ich es kann. Weil ich es mal in die Hand nehmen wollte. Hallo. Ja, machst du mir einfach wieder. So, das stecken wir jetzt wieder drauf. So. Und jetzt machen wir Musik, oder? Machen wir Musik. Machen wir Musik. Zeig mal Musik. Also es ist eigentlich recht einfach. Du hast hier hinten den An-Tasten. Du kannst natürlich auch die Tasten bekleben mit An-Aus, Plus und Minus. Der Plus ist mir abhandengekommen. Kann man draufkleben, wenn man das möchte. Kannst du aber auch lassen, wenn man sich merken kann, wo die Tasten sind. Ja. So, An. Das hört man an. Ah. Und jetzt machen wir mal kurz Bing. Das heißt, jetzt hat er sich schon verbunden mit meinem Smartphone. Und jetzt machen wir mal Musik. Machen wir Musik. Machen wir mal. Soll ich ihn machen? Also das ist nicht verkehrt für die Größe. Das kommt ja auch nur hier durch diese Schnitze raus. Und es hört sich wirklich so an, als wäre es da oben drin. Ja, ja. Satt für so eine kleine Box. Also wenn ich mir das nur so hinstelle. Ja, aber das trägt man doch auf die Schulter, oder? Das war mal. Achso. So war das. Das ist lang her. Ton ist in Ordnung. Stereo kann ich jetzt von einem Lautsprecher nicht erwarten, aber... Was du so für Musik hast. Wir sollten vielleicht dazu sagen, dass wir gerade Tracks abspielen, die man auf YouTube und so abspielen darf, ohne dass irgendwelche Rechte verletzt werden. Wir wollen ja nicht, dass das Video gesperrt wird, nur weil wir, keine Ahnung, um 10 Sekunden Rolling Stones hier Töne machen. Das darf ja gar nicht sein. Und ich hätte es gern gehört. Ja, wir hätten es beide gern gehört. Aber das ist jetzt Musik, die wir abspielen dürfen, um zu demonstrieren, wie gut diese Box klingt. Ich habe die Box schon seit drei, vier Monaten bei mir auf dem Schreibtisch. Das wollten wir nämlich testen. Das haben wir uns einmal aus China schicken lassen. Einfach nur das Gerät. Haben es getestet. Ich wollte gucken, kann es mit meinem Handy koppeln. Konnte es. Klingt es gut. Oh ja. Und dann haben wir diese Sets bestellt. Und jetzt sind sie da. Und zwei kleine. Ja. Und es gibt noch dieses große, diese Band. Diese Band. Das haben wir jetzt neu im Shop. Haben wir im Neuheiten-Video auch gezeigt. Und der Michael ist schon am Bauen. Ey, das ist genial, der Sets. Das werden wir euch auch noch zeigen. Das freue ich mich mal richtig drauf, euch das zu zeigen. Das werden wir euch auch noch zeigen. Also auch da ist so eine Box drin. Da ist auch so eine Box drin. Und da ist richtig Dampf. Nett. Und das Grammophon, der Bluetooth-Lautsprecher von Sembo mit der Setsnummer 104222. Das ist Unsinn. Das ist unsere Nummer. Die Sembo-Nummer. Das ist vielleicht ganz interessant. 708601c. Auch schön. Da habe ich mich verschrieben. 253 Teile mit der Bluetooth-Box für nur 29,95. Das finde ich echt klasse. Und das Bauen war absolut einfach. Einfach. Also für größere Kinder oder entspanntes Bauen. Genau. Ja. In diesem Sinne? 7,5 cm breit. 9,5 cm tief. Nee. Und 17 cm hoch. So sind es natürlich noch ein paar Zentimeter mehr. So sind es halt irgendwie 10 oder so. Ein schickes kleines Set. Auch das hier, dieses Klavier oder dieser Flügel sieht sehr edel aus. Ja, aber das kannst du dir auch überall hinstellen. Du hast nicht irgendeinen hässlichen Musikkasten, sondern hast hier ein richtiges... Hast ein schönes Set und der Ton ist... Ich hätte gedacht, der Ton ist nicht ganz so gut, weil es hier oben so zugebaut ist. Aber kann man echt nix sagen. Kann man nix? Also doch. Super. Gut. Hammer. Hammer. Was ist für heute aus dem Loppenstein-Studio? Loppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Wir wünschen viel Spaß beim Musizieren und beim Bauen. Macht's gut. Einen habe ich noch. Einen hast du noch? Okay. Wir grooven hier noch ein bisschen. Macht's gut. Bis bald. Yeah. Jawohl. Fungi in the house.